MotorTV 22 Bauer bei MySport MyStory schrieb er noch vor drei Wochen die Schlagzeile bei der Rallye Dakar Danilo Pedrucci. Er gewann als erster MotoGP Pilot eine Sonderprüfung bei der Rallye Dakar und somit war er der Held von KTM. Durch Kommunikationsschwierigkeiten trennte sich Danilo Pedrucci von KTM und er wird jetzt in Amerika bei der Motor Amerika für Ducati mit einer Superbike an den Start gehen. Danilo Pedrucci, Ducati, zwei Italiener in Amerika, der zweitgrößte Markt für Ducati weltweit und somit ist er der Markenbotschafter jetzt für Ducati. Ja, wir sind gespannt und Danilo Pedrucci ließ verlautbaren, er fährt heuer noch eine Rallye-Marathon. Eine Rallye-Marathon zur Vorbereitung für die Rallye Dakar 2023, wo er nächstes Jahr diese wieder mit bestreiten möchte. Danilo Pedrucci, wir sind gespannt auf welchem Produkt und mit welchem Team wird er heuer noch diese Rallyes bestreiten und somit gibt es wieder heiße Schlagzeilen rund um Danilo Pedrucci und wir werden berichten auf www.tv22.tv von Danilo Pedrucci über seine Zukunft und die heißesten Schlagzeilen werden hier von uns für euch berichtet. Diesen Bericht präsentiert euch Liquid Moly. Gut geschmiert in der gesamten Mobilität. Schmierstoffe, Motoröle, Getriebeöle, Hydrauliköle. Additive, Vitamine für den Motor. Fahrzeugpflege für die Schönheit eurer Mobilität. Für Werkstätten, Reparaturen und Fahrzeugliebhaber. Vom Oldtimer bis Thuning-Freund. Bestens geschmiert läuft gut und lang. Liquid Moly. Geschmierstoffe, Verletz. Musik 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 Musik